KI hier, KI dort, überall ist KI und überall muss man Geld ausgeben, um schlechte Fotos mit KI in bessere Bilder zu verwandeln. Was mich daran massiv stört, ist die Tatsache, dass viele dieser Tools meine privaten Dinge auf irgendeinen Server in Timbuktu laden, um es dann dort zu bearbeiten, damit es dann wieder heruntergeladen wird. Heute sprechen wir über die App Upscale, die ist kostenlos und ist in Anführungsstrichen ein KI-Fotoverbesserer, der allerdings nicht im Internet aktiv ist, das Ding funktioniert also komplett offline. Das Teil nutzt hier die GPO-Cores, die CPO-Cores und die Neural-Engine vom Mac, um dann Bilder rauschfreier zu machen, sie zu schärfen, sie zu vergrößern, also generell ein brauchbares Upscaling davon zu machen. Und als Kontrast dazu würde ich euch ganz gerne aber vorher noch das ultimative Luminar zeigen, was ich mir für fast 300 Euro hier zusammengekauft habe mit diesen ganzen Plug-ins. Letzten Endes im Nachhinein ist das der größte Fehler gewesen, den ich machen konnte, denn Luminar AI kann eigentlich bis auf den Himmel austauschen und Gesichter ein bisschen optimieren, eigentlich gar nichts gut, außer den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ja, aber seht selbst, wir versuchen mal hier das Bild, also ich habe jetzt hier, das ist das originale Foto davon und ich habe dann hier schon bereits ein Upscale gemacht, hier mit diesem Upscale-Tool, damit es dann etwas vergrößert ist, um genau zu sein, und den Faktor X4. Wir sehen jetzt hier schon, dass das Programm das noch nicht mal mehr vernünftig reinladen kann und der RAM-Speicher wird verblasen bis zum Geld nicht mehr. Und nichtsdestotrotz sieht es einfach nur furchtbar gerottenschlecht aus. Und ja, nehmen wir mal das normale Foto und gehen mal hier in die Bearbeitung und schärfen das Ganze mal noch hübsch. Und dann sehen wir jetzt tolle Animationen, die Strom und Ressourcen verbrauchen, aber letzten Endes nichts tun. So, und jetzt haben wir das Ganze hier verbessert. Und wenn wir uns das mal so angucken, dann ist hier eigentlich nichts von Verbesserung zu sehen. Und jetzt können wir vielleicht noch sagen, okay, komm, mach uns das Ganze doch noch ein bisschen rauschfrei, so gerade in den schlechten Belichtungen. Und wie wir sehen, kommt hier eigentlich nur noch, ja, Grütze raus, die nichts taugt. Aber wir vergleichen ja einfach gleich mal und speichern wir das mal ab hier als Test. So, und dann machen wir Luminar auch wieder zu, damit wir hier nicht unnötige Ressourcen weiter verschwenden. Wie wir sehen, ist der RAM jetzt wieder komplett frei. Jetzt müssen wir noch warten, bis Luminar hier wirklich raus ist aus dem ganzen System. So, und jetzt nehmen wir unseren Upscaler zur Hilfe. So, der ist übrigens auch kostenlos, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Hier muss man auch gar nichts großartig tun. Man kann hier tatsächlich in den Settings noch diverse Einstellungen vornehmen, wie weit vergrößert werden soll, Kompression und so weiter. Aber hier habe ich jetzt erstmal grundsätzlich nichts verändert. So, und jetzt nehmen wir uns das gleiche Foto nochmal. So, hier ist unser von Luminar verbessertes Foto und hier nehmen wir das Foto jetzt nochmal und dann drücken wir einfach auf Upscale. Und auch hier brauchen wir jetzt eigentlich nichts zu tun, außer ein bisschen Geduld zu beweisen. Wir sehen, das Ding nimmt sich hier nur ein bisschen Performance weg, ist aber auch nicht mal der Rede wert, was der hier an Ressourcen verbraucht. Braucht natürlich auch so ein bisschen dafür, aber wir sehen jetzt hier schon dann so direkt den Unterschied, dass man hier eine Verbesserung erzielt hat. So, jetzt machen wir das Programm auch zu, denn das Bild ist schon gespeichert automatisch. So, das wäre das Exemplar hier. Und dann nehmen wir mal das tolle Luminar-Foto dazu. So, und dann fangen wir mal am besten direkt an hier mit dem Bettlakenstoff, was auch immer das ist, was das hier sein soll. Und dann vergrößern wir das hier mal. Und ich glaube, man sieht jetzt schon, ohne dass man groß was sagen muss, dass das hier welten sind, die dazwischen liegen. Schauen wir uns mal das Fenster hier an. Das ist hier nur noch Grütze und Matsche, da ist nichts mehr bei, was man irgendwie brauchen könnte. So, suchen wir mal nach einer besseren Stelle. Nehmen wir mal hier den Tannenbaum oder was das gewesen sein könnte. Das ist ja nur noch Brei. So, und hier wird es natürlich auch kein Wunder sein, aber man erkennt immer noch, aha, das könnte eine Tanne gewesen sein. Ja, also auch hier haben wir ein wesentlich besseres Ergebnis. Wenn wir uns dann mal hier das andere Laken anschauen an dem Dach, gucken wir mal, ob wir die Stelle hier noch finden. So, das ist die Stelle hier unten. So, auch hier haben wir in dem kostenlosen Tool viel mehr Details übrig und noch viel klarere Konturen. Natürlich sieht das alles nicht gut aus, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber es geht ja hier darum, um alte Fotos zu restaurieren zum Beispiel oder die noch wieder brauchbar zu machen. Dieses Foto hier ist irgendwie 1990 entstanden, wurde als ganz normales Foto entwickelt, wurde dann mit dem Flachbrett-Scanner nochmal eingescannt und hat natürlich dadurch wahnsinnig viele Details verloren. Und damals war die Fotografie ja auch noch nicht so mit diesen Standard-Kameras, die man so hatte. Und von daher ist es, denke ich, doch beeindruckend, was man tatsächlich hier mit diesem kostenlosen Programm an Bildqualität rausholen kann. Wo ist denn die Stelle jetzt hier da? So, also auch hier Luminar hat völlig versagt, obwohl es mehrere hundert Euro gekostet hat, kann es gar nichts. Und hier haben wir noch viele Details rausholen können. So, und wenn wir das jetzt noch hinterher in die Fotobearbeitung reinnehmen und dann noch ein bisschen vielleicht die Kontraste und alles erhöhen und vernünftig einstellen, dann kann man das Bild zumindestens irgendwie auf eine 10x15 Größe bringen, in ein Fotobuch vielleicht mit irgendwie eindrucken bzw. ausdrucken lassen und kann dann tatsächlich aus diesem Bildmaterial noch ein bisschen was herstellen. Ja, aber mit Luminar, wenn es also darum geht, dann spart euch bitte das Geld. Ja, und diese Upscale-App, wie gesagt, die ist halt kostenfrei zu laden beim Hersteller. Ich packe euch den Link natürlich gleich in die Artikelbeschreibung rein. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Spaß bei der Restauration eurer alten Fotoschätzchen.